Hallo, ich bin der Kevin Ruiz, bin 21 Jahre alt, komme aus Ulm, komme vom VVA an und spiele im C3 im Mittelfeld. Zum FC Memmingen gekommen. Ich habe mir den FC Memmingen schon öfters angeschaut, hat mir sehr gut gefallen und auch über meinen Berater. Ich möchte mit dem FC Memmingen natürlich ins gesicherte Mittelfeld aufrücken, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben und ich möchte mich hier auch persönlich weiterentwickeln. Ich möchte auf höherem Niveau spielen, sodass ich mich daran anpassen kann.